Zoom Ja! Ujala! Ich glaube nicht. Kannst du den Ton hören im Switch? ich hab das zwar leise zu stehen aber ich höre uns reden ja gut ok dann funktioniert das schon mal ja ja klaff wenn du lausredest hört er dich ja er hat ja keine tomaten in den rohren der bohnen hat auch keine in den rohren dafür musst du ihn doch nicht kennen der mikro sich aktiviert sollte er dich hören denn das ist der alexander der andere das ist der playstation zocker der rechner denn es ist auch eine küche das kabel jetzt er hat das schon isoliert alles jetzt muss das kabel in der wand hinterfach schnauen und zu machen das kabel in das ist ein Audi du kannst doch ganz ohne 50 der Zettel bei dir sind so war ich nein Prozent da irgendwie und dabei du musst nicht darauf einstellen müssen wirklich die 15 Runden immer wieder die gleiche Scheiße abrufen können. Zack, 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 zack. So, jetzt kommen wir mal kurz laut hier. Staubsauger. Ja, ich war schon. Ja, ihr müsst den Sekt direkt brauchen. Ja, ich dachte mir, ich fahr noch mal ein paar mal im Regen. Ich sag nur, um hier zu gehen. So. Ja, einmal getestet, das müsste reichen. Aber ich kann gleich auch noch mal kurz bei mir Einzelspieler testen. Ja, wir können ja noch mal einen Server starten bei dir. Ja, mit Regen? Ja, komm, wir mal kurz Regen rein, bis Dennis da ist. Ja. Aber er sollte vielleicht auch noch mal sich an Regen gewöhnen. Ja, na, guck mal, naja, der ist ja noch beträftig. Mach's mal links an mir. Dann kann ich nämlich das noch probieren, ähm, mit der Internetleitung. Zurzeit verbrauch ich ja im Prinzip keine Internetleitung, nur für Twitch. Der braucht wie viel, das wäre. Äh, das ist ein Witz. Wenn du darauf connectest. Das ist ja eine Gigabit-Anbindung da, wo du drauf connectest. Echt Witz. Da. Machen wir mal hier. Online-Spiel Estelle. Fünf Rund. Okay. Okay. Oh, ist das mal egal, ne? Hauptsache es... Ja, ja. Ich mach mal Regen. 0815. Oh, Bedingungen. Regen. Oh, die schubsen wieder, ne? Ja, mir noch. Glückte Einnahmen. Oh, ich glaub. Du, du? Schon da. Ich hab's gehört. So, jetzt hab ich mal wieder Sprach-Aktivierung angemacht. Das nervt, wenn ich mich drücke. Ja, klar. Wir sind da, bis drücke ich aufs Knöppchen. Ich hab, äh, nur Rennen. Fünf Runden Feuer. Ja, ja, nur mal so zum Testen halt, ne? Ja. Warte, 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 warte. Ich mach eben, äh, Warm-Up rein. Oh, ja. Wegen Einstellungen, wegen Reifen. Oh, ja. Ja. Kann direkt umschalten, auch. Dings. Mal schnell meinen Battery-Matter aufmachen. Ah, siehste, das hab ich vergessen. Ja, ich, äh, will dann doch mal wissen, was das mit den Reifen, äh, auf sich hat. Ob die jetzt, äh, dann auch so viel verbrauchen, oder so. Schon mal da auch. Ja, weil, Regen ist ja dann doch ein bisschen tricky. Da müssen wir wahrscheinlich dann einen Diffel-Stopp machen, oder so. Äh. Ne. Brauchste nicht. Kannste? Ne. Fahr ich mit einem durch. Hä? Okay. Also mit einem Stop-Toy. Okay. Stell dich mal so ein, wie ich die hier habe. Die ist optimal bei mir. Ja. So, in kurz hier. Königste, äh, Reifen, Mecho. Regen. Genau, GTS Rewain. Auch drin. So, speichern. Dann eben Wachsen-Strategie. Einfach, wachsen, brauchen wir nicht. Wachsen, brauchen wir nicht. Da müssen wir einfach nur mal gucken. Da wurscht. So, hast du eingestellt? Ja, ne? Ja, ich brauche da nicht viel einstellen. Das ist, äh... Jetzt sage ich erstmal darum, ob ich auch Start mal von vorne habe. Mit einem gelben? Ja, einfach mal so gelben. Hab ich denn meinen mit der 5? Ach. Ich habe vergessen, hier einzustellen. Ey, ich frage mal einen gelben. Oh nein, ich habe eine Strafe gekriegt. Ich frage mal einen. Ja, ich frage mal einen. Und ich hab jetzt den hier raus. Immer diese Drecks in sich. Boah, ich... Bisset durch die Wiese. Weg. Weg, weg. Ab so gelbes Licht hinter mir. Ja, was soll was. Ja, was soll's. H-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h. Neeeeh hinterliegt der SLS. Jetzt schubsen die mich hier, dass ich blindelad. Tempolimit, Zeitstrafe, super. Oh, durch die Hütchen, durch die Hütchen, schweigen ab. So, jetzt aber, komm. Der BMW passt perfekt durch die Hütchen durch, ne? Also, wenn man da ... Ja, teilweise. die Orangen nach oben, die drei? Ja, ja. Ja, weißt du, da passt ja genau durch. Du musst das aber genau... Du musst das aber genau time. Ich will das nicht. Ah ja, ich fahr ja in die Box. Mann, 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 Mann. Aber ist... eng... Du musst das nochmal im Prinzip mit mehreren Online-Spielern probieren, wie es Blacks aussieht. Okay, es regnet jetzt gerade. Das erschwert das natürlich noch mehr. Aber... Oh, durch die Physik, ey. Boah, die Gicht hier ist immer der Hammer, ey. Bremskrunk, Digga, nicht, ey. Erstmal den beknackten, ey. Z4 hier einpacken. Ja, jetzt mal gucken, was auch mein Auto ist. Ja, ich hab die 45, was soll das? Ja, gleich mal wieder einstellen, und dann vorbei ist. Äh... Äh... Blauen hast du jetzt? Äh... Ja. Ich bin mit der Bayerischen Sagge so auch ein... Klügel. Boah, geht der Arsch hier, ey. beim anbremsen wird der auto echt unruhig ich finde das schade dass man das nicht einstellen kann dass du jedes auto sagst jetzt alles klar ich will den haben häkchen dran und fertig ja dann müssen die mal einbauen gleich bleiben egal was ich wechsle wenn ich auf das auto wechsle und dass ich den dann wieder habe wenn ich immer herumtricks muss dann mein auto wieder haben ja aber anscheinend funktioniert das also wir können ja nachher noch mal eine ahnung irgendwo ein online rennen schocken ich bin jetzt hier vorbei zum hoffen und monitor der europäische und 4 er hat noch sei noch die erste runde frei von schaden es ist Du bist angelitscht. Ja, ich bin gar nicht angelitscht. Oh, da fällt mir ein Z4 hinten drauf. Seid ihr blond oder was? Mal durchfahren. Jetzt halt kann man was trinken. Fisch. Ja, abgepasst. Das sind aber auch immer wieder dieselben. Sind immer nur die Audis. Weg drücken. Ey, schon wieder jetzt. Alter. Komm schon. Was? Was? Hast du einen Schaden ausgemacht? Ne, ne. Der ist an. Ich hab keinen Schaden bekommen hab eben gerade als er mich gerammt hat. Muss ja auch sein, ne. Hütchen, Hütchen. Ja, ich muss mir auch nochmal einen zweiten Monitor zulegen. Da ansaugen ja den Spinner. Ja, also die Reifentemperaturen die passen sogar auch, ne. Also. Ja klar passen die. Das ist ähm. Das ist perfekt. Nur ein bisschen tricky am Fahren halt, ne. Also du bist halt nicht so schnell wie auf Slicks, ist ja logisch, ne. Ja. Deine Rutschung mehr. Ja, aber nicht viel mehr. Also ich komm ganz gut klar damit. Na, ich muss mal angehören, also jetzt. Platz 8. Zweiter Runde. Geht gar nicht. Bis wenn du einmal in den bescheuerten Pult da steckst, musst du erstmal mal deinen scheiß Rhythmus hören. Weil, du fährst ja überall, nur nicht da wo du sonst fährst. Weil die, die ja rechts und links an dir vorbeiknallen. Ja. Gib mir den Arsch weg, ich hau rein. Ja, sicher. Ramp mich doch mal wieder. Ja, warum brimmst du? Hohoho! Hohoho! Hohohohoho! Wenn ich ihn vom Regen fahre, möchte ich die Traktion noch unternnehmen. ja stellen dann auf 10 prozent oder ja und darunter nicht mehr und da ja egal also scheint zu funktionieren mit dem stream vorhin dann habe ich auch noch mal die qualität so ein bisschen beschraubt also das was ich